Pfff, was soll denn was? Die Hand da weg, ey. Hallo. Hä? Du kriegst da eher in die Fräte. Hier, da, da. Hier, nehm, da, da. Voll der Mädchenkampf. Nee, ich bleib hier drin. Ich seh da schon was. Wir sind noch nicht mal oben, glaub ich. Toll. Die stehen ja direkt hier vorne. Ja, deswegen sag ich doch, wir hätten den anderen aufzug nehmen sollen. Gab's ja zwei. Schnell, renn. Oh. Ah, da war er doch nicht so schlau. Genau, schießen. Ah, Hund. Ja, Schwester. Du bist die Beste, verdammt. Mein Tier hat sich gerade nicht aktiviert. Ich höre noch ein Hund. Ja, ich bin gerade hier am Feuern und den... Alter, der fucking Hund, ey. Warum schreiß'n du so? Puh. Weil ich mich erschrocken hab. Vor allem explodiert was vor mir. Ich hab den nicht gesehen, weil ich durch das Zielfernrohr geguckt hatte. Hier sind Disketten-Terminal. Hm? Ja. Find' wir hier bestimmt gleich auch. Könnte gut sein, dass wir irgendwo gleich ne Diskette finden. Jo, ich hab sie schon. Die Disketten sind echt labberig. Labberig. Ich find' das geil. Oh, hier ist ne 3D-Brille. Ja, komm erst mal her. Ja, warte. Ja, warte. Oh. Das ist auch für ne Waffe. Der Laser-Typ-Proto. Oder Laser-Prototyp. Warte. Wo bist du? Hier. Hier ist der Laptop. Wo bist du? Wo ist denn? Achso. Alles klar. Wo ist die Diskette? Hier drauf, auf dem Tisch. Nee, ist er nicht. Ich hab die ja in Automat Schmidt eingesammelt. Achso. Mir wird auch schon der PC angezeigt. Achso, okay. Oh, warte, ich hab irgendwas Lesbares. Ah, lass mich mal lesen. Wennler Notiz. Männer, das hier ist eine Warnung. Wer auch immer Gerüchte über das sogenannte Labor X verbreitet, hat dies hiermit umgehend zu unterlassen. Es gibt kein geheimes Forschungslabor hier in Neu-Paris. Und auch keine Geheimloge, die versucht, das Regime von innen heraus zu destabilisieren. Solche Gerüche spielen einzig unsere Feinde in die Hände. Da ich ein gnädiger Vorgesetzter bin, werden keine Disziplinmaßnahmen aufgrund bereits erfolgter Vorfälle ergriffen. Sollte jedoch jemand nach dem heutigen Tag, 7.04.1980, dabei erwischt werden, wie er über diese Dinge spricht, bringen wir ihn vors Militärgericht. Viktoria! General Winkler. Achso, PC. Klar. Moment. So. Zugangscode für Longentür. Na, Kommandant Uwe. Natürlich können Sie den Zugangscode für die Longentür haben. Er lautet 0451. Sorgen Sie dafür, dass dieser Code keinenfalls in die falschen Hände gerät. Kommandant Fritz. 0451. Mal gucken. Ich schreibe es mir trotzdem nochmal auf. Aber ich meine, es steht dann nochmal. 0. Ja, eh da oben. 1. Er was aus. Ja, Kohle. Neh mal mit. Aufzug. B. Aufzug. Gepäck. Gepäck. Es ist das Gepäck. Hier war die Brille, ne? Ja, ja, genau. Und hinter dem müsste ein bisschen Geld liegen oder so. Glaube ich. Ja, schon. Ich glaube schon. So. Dann kommen wir schnell weiter. Warte, ich wollte ein bisschen... Na, warte. Oh. So. So. Hier. Genau. Ah, genau. Da steht er nämlich. 0451. Dreck T gedrückt. Hey, Mädels. Das Regime führt Wartungsarbeiten an der Außenseite des Turms durch. Klettert das Gerüst nach oben. Bis hier im Stockwerk mit dem Aufzug zum Dachseit. Oh. Erstmal immer zu Ende reden lassen, sonst unterbrichst du die. So. Jetzt haben wir wenigstens ein Leben wieder. Da sollen wir... Oh! Oh! Der war schon kaputt. Oh, oh. Oh, oh. Das gefällt mir gar nicht, ne? Oh, hier ist noch Geld. Über uns muss man hin und da ist auch einer. Wo muss einer? Über uns, guck mal da... Na oben. Ach so, da ist ein Gegner, Manze. Wieso müssen wir immer so eine Scheiße machen? Wir sind die Zwillinge. Das muss der Papier, wenn man den braucht. Ja, den suchen wir ja. Papier ist einfach einmal weg. Ach so, wie soll man denn noch hochklettert? Ach so, ah, nö, da oben. Ach so, warte mal. Ja, da sind... Ja, genau. Das hat den Kommandant nicht interessiert. Oh, oh. Hi! Wieso du? Ja, weil ich einfach reingesprungen bin. Aber das sollten wir vielleicht... Wir sollten das vielleicht besser so aufmachen. Bevor wir runterfallen. Da hab ich keine Lust drauf. Hat ja jetzt geklappt. Munition, Rüstung. Ja, die habe ich schon voll. Munition, Google Hammer. Also bei mir war es jetzt Google Hammer. Ja, bei mir nicht. Und du warst jetzt, äh, hier hat die hier. Wo müssen wir jetzt hoch? Ach da. Boah, das ist jetzt aber auch verwirrend. Ich bin gerade ein bisschen einfach verwirrt. Von hier kamen wir doch, oder? Hä? Hier oben. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Wo oben? Hier. Guck mal, wo ich stehe. Ach, da hab ich doch nicht gesehen. Ja, gut, da hab ich schon was sehe. Aber es war auch nicht easy, das zu sehen. Das war jetzt echt zuverlässig, das gewinnen. Oh! Schön, da du alles hieß. Habe ich gemerkt. Warte, da kommt noch einer. Ja, einer? Habe. Ja, ich wechsel die Position. Du bist krass, Mann. Alles klar, Mann. Mal eben dadurch. Nun, wir. Den Zweck geraten. Ach so. Und dann mach ich die Truhe doch noch draußen auf. Äh, hallo? Hier hast du schon, glaube ich, auch gemacht. Nein, da hab ich nicht. Besucher plus, ja gut. Wir sind jetzt, einer ist unten und einer ist oben. Aber mein Freund. Der war schon kaputt. Ich schwör's. Ach, du machst immer hier alles kaputt. Der war kaputt. Ich schwör's. Jetzt, wir müssen noch weiter nach oben. Hier ist Geld. Ja, ja, sicher. Wo ist denn der hingerannt? Huh, da geht's runter. Wo ist denn der hingerannt? Weiß ich nicht. Vor allen Dingen, wo müssen wir hin? Ich wechsle die Position. Geht's denn da noch? Wo kommen wir nach draußen, ja. Das ist wie ein Kreis, ne? Bleibt ab der Hut. Warte mal, wir müssen irgendwo wahrscheinlich hoch. Ich gucke gleich mal. Ja, ich guck grad schon. Höher. Hä? Oder runter? Oder runter? Oder runter? Oder runter? Wir müssen ja schon nach oben. Aber da unten sind Soldaten. Ja, vielleicht müssen wir... Wo müssen wir denn dann hin? Ja, ich guck gerade. Aber die haben noch gesagt, wir müssen nach oben. Erklimme, Bruder 2. Wir sind am erklimmen. Warte. Wir erklimmen hier gerade. Ich gucke gerade was. Ähm. Au! Ey, wer schießt denn auf mich? Von unten? Aber weiter hoch geht's hier gerade gar nicht. Außer... Hier. Dach. Ach. Wir müssen da hoch kommen. Wie sonst? Also ich war gerade auf dem Ding. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, ich glaube, ich sehe was. Hör! Hör mich hinkt fest. Quatschen. Ja, ja. Tipp ich jetzt mal. Wenn das einzigste logische für mich. Oh, oh, da geht's aber tief runter. Geht's hier mal irgendwie weiter hoch? Ne. Oh, oh. Echt jetzt? Ne, ne? Dann bitte nicht. Und dann hier hoch, ne? Warte, quatschen. Ah! Ach, da. Ja, würde ich jetzt so sagen. Nein, ich fall runter. Oh, du hast mich runtergeschützt. Doch, das geht. Du musst ein bisschen höher. Du musst ein bisschen nach da gehen. Wo ich stand. Da so hin. Hier? Wo ich meine Waffe hinzeige. Hier? Ja, nur ein bisschen näher hier so. Genau. Und jetzt doppelsprung. Dann geht das. Boah. Ich hab nicht gehört. Ist egal. Ich find's lustig. Müssen wir hier runter oder wieder höher? Eigentlich müssen wir... Äh, zwei zeigen nach unten. Und einer nach oben, ne? Ich nimm die Kohle mit. Dann müssen wir hier wahrscheinlich auch lang, weil anders können wir ja nicht. Ich sag mal, wo lang? Hier geht's nicht weiter. Äh. Äh. Vielleicht noch. Warte. Da drüben könnte man noch hin, aber wie? Da, wo die sind, ne? Ja, aber ich wüsste noch nicht, wie wir da hinkommen. Runter. Okay, runter könnten wir hier höchstens. Wo? Aber sind wir dann richtig? Noch höher. Aber das heißt ja Klimme, Bruder. Wo bist du jetzt? Hier oben drauf. Ach da. Vielleicht hier runter. Ja, aber zeigen auch... Zwei Pfeile zeigen auf die Höhe. Ja. Vielleicht müssen wir... Ich guck mal hier unten nach. Aua. Jetzt zeigen sie mir alle nach oben. Wie kommt man... Warte mal, ich glaub, ich hab ne Idee. Wir sind schon mal ne fette Waffe. Und von hier aus, guck mal, wo ich bin. Dann da drauf. Ich wüsste gar nicht mehr, wie ich zu dir komme. Ah. Also hier waren wir schon mal. Hm. Aber hier noch nicht. Äh, wo bist denn du jetzt? Wir müssen irgendwo noch höher. Ja, da wo wir waren. Äh, da weiß ich auch noch nicht, wie ich hinkomme. Äh, ich guck mal, wie ich da hinkomme. Ich seh da so ne Möglichkeit. Ah, was ist das? Machen wir Schluss mit der Suche. Hä? Ich höre mal wieder Leute. Komischerweise, lustigerweise. Komisch, lustig. Ja, das... Ach so, wir sind dann oben drüber gegangen, ne? Ob wir denn nicht irgendwann mal anklicken können, oder sowas? Fahrkarte, ich guck gerade... Da, ne? Da, ne? Da, ne? Oh, ja. Da sind auch welche. Hi! Hey! Hey! Wie bist denn da hingekommen? Äh... Ich war ja eh unten. Ja, aber von so rüber, hast du jetzt gesehen? Naja, wahrscheinlich. Den schießt nun da ab. Echt jetzt? Einer ist über uns, zwei sind unter uns. Das heißt, wir müssen irgendwo hier runter. Ja, ne, manche sind aber auch, guck mal. Ja, 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 ja. Die werden unter uns angezeigt. Irgendwo müssen wir hoch. Wo bist du denn? Du bist jetzt oben, ne? Nö, ich bin jetzt wieder unten hier. Okay. Aber irgendwie kommt man von da aus auch hoch scheinbar. Ja, komm, dann gehen wir jetzt erstmal... Weil zwei werden etwas unter uns angezeigt. Das heißt, wahrscheinlich hier auf der Ebene. Also, da war ich gerade, ne? Komme ich denn da auch noch hoch? Nö. Da komm ich noch nie im Leben wieder hoch. Nö. Achso, warte mal. Hä? Wie soll das geben? Ah, okay. Wo bist denn jetzt? Ähm, hier auf der anderen Seite. Äh, ne, da kann ich runterrutschen, da will ich aber nicht. Darf ich die anderen Seite? Ja, ich komm sofort. Warte mal, hier kann man hoch. Wo? Kann man hoch? Ja, hier. Ja, ja, ja. Da bin ich jetzt einfach nur rüber gesprochen. Aber da ist sonst nix. Nicht so süß. Und da oben komm ich nicht hin. Darf ich mal gucken? Ja, ja, klar. Ich bin runter. Pfff. 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 Wo müssen wir doch hier hinkommen? Hä? Hä? Wie komm mal denn da hin? Ich seh auch diese Schalter, die sind ja nicht weit weg. Die unter uns. Die sind genau irgendwo hier. Ja. Aber ich wüsste nicht wo. Hä? 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 Warum sagt mir denn keiner, dass hier nicht weitergeht? Vielleicht von hier aus? Ich wüsste jetzt nicht wo. Ja, ich bin auch gerade überfragt. Wir müssten hier unter... Ja, da müssen wir irgendwo unter uns sein, kurzzeitig. Ja, wo da in diesem... In dem Runter. Ah, hier ist mal feuchig darunter. Äh. Ich will mal was versuchen. Ich hoffe, das ist richtig. Wie müssen wir da oben eigentlich drauf? Guck mal, da ist ja auch so. Wenn, jetzt habe ich eben ein Problem. Ich bin irgendwo... Ich bin so eine Müllrutsche runtergerutscht. Und es war, glaube ich, sehr falsch. Ich bin wieder da. Furcht. 1. 1. 1. 1. 1. Wenn du runter guckst, siehst du mich sogar. Hi. Warte mal. Hier vielleicht. Hier und dann hier. Ich bin jetzt schon was weiter oben. Ich bin jetzt schon was weiter oben. Ich gehe wieder hier hin. Muss auf diese Plattform? Ja. Dann hier oder was? Ja, aber dann geht es nicht weiter. Achso, doch hier. Baaat. Da. Ne, ne, da nicht. Da. Okay. Und dann rüber springen wahrscheinlich. Mit Anlauf. Ja. Ich mache in der Mitte, habe ich noch. Da ist eine Kiste. Ja, da kannst du gerne öffnen. Ja, ich guck. Ja. Warte. 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 Da macht du los. War jetzt echt. Ich mache das gerne. Es macht doch Spaß. Ja, ja, manchmal muss man ein bisschen. Nix. Okay, unbekannte Money. Ah, doch. Ein Dollar. Eine Münze. Warte mal. Hier ist eine Tür. Hier. Ja, weiß ich. Ja, weiß ich. Das weiß ich. Ich habe da nur meine, meinen Standard gemacht. Ah, hast du schon wieder kaputt gemacht. Nein, der war kaputt. Nein, der war kaputt. Ich schwöre es. Er war kaputt. Der Roboter. gut. Gut, dass du mich mit hast, wa? Oh, das war jetzt aber auch ein Scheißgesuche hier. Warte mal eben. Ganz kurz. Warte mal eben. Ganz kurz. So. Waren wir hier nicht schon? Boah, hast du gerade einen gekillt? Ja. Zwei. Oh, wow. Hallo, ich habe was gefunden. Einen Hund. Ich glaube an dich, Schwester. Ich glaube, dein Handy hatte gewünscht und war erst noch nicht drangegangen, aber ich weiß nicht, wer dran war. Ja? Ja, ja. Uninteressant, wenn es bemalt. Habe ich auch gesagt. Ich habe eine Kassette. Geil, J. Von Ingrid Ange. Niemand versteht, wie sehr wir einmal lieben. Ach so, das ist der ganze Text hier, oder was? So, da kann man gerne jetzt anhören. Ah, 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 yeah. Ach so, das ist ja französisch. Ne, das ist so ein Schweinekraut. Ne, so ein Coucheur. Boah, das ist so. Na. Weiß doch gar nicht, was das heißt, also. Ne, aber... Ne, claim. Gleich wegen dir geclaimed hier. Warte, hier war irgendwo Geld. Hä? Da. Auch geil, wo dir manchmal Geld angezeigt wird, ne? Würde du hier langzeigst? Ach so. Masoni. So. Nein, ist ja nicht mehr, wu? Ne. Ich glaube, Abzug, oder was das poi 우�rill ist. Bleh. Jo, mach mal Elfjo. weiter du hast eine waffe langsam also ich will nicht raus schon wieder sichere den schlüssel ich gehe mal auf andere waffe wir haben hier zwei welche waffe bist du jetzt meine laserwaffe gehe ich auf diese kraftwerk vielleicht ja warte 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 schweißer hier so ich komme ich dran aber jetzt zwei schlüsse sichern ja dann war beim letzten mal auch sucht jetzt die turmkommandanten ihr brachte hier sind zwei schlüsse für den hauptkomputer deswegen findest du ja auch gibt diese kraftwerk und hier umsetzt gegen wieder deinem Handy unwichtig ich gehe sofort gucken hier ist eine diskette hier war eine diskette sagst du hier sind zwei türen zum rausgehen weißt du ja aber ich habe gesagt da ist auch eine diskette die habe ich schon dann hast du die auch und hier ist auch ein disketten lesegerät gewesen irgendwo na aber bringt mir nichts diskette ich kann doch nicht sehen Kisten der Regimen Polizei in Bruder 2 ich weiß nicht warum du dir das nicht merken kannst der Code für die Kisten auf den Ladeplätzen ist 1 9 8 7 die Kiste außerhalb der dritten Andockstation in der Nähe der Turmspitze hat den Code 2 9 0 5 und dann noch die Kiste im Silberfisch Depot Code 5 8 5 8 und bitte frag mich nicht noch einmal nach irgendwelchen Kurs das nervt gruba so gruba so schade mach mal ein Haar hin gruba ja äh wir müssen ganz weit nach hinten ne nach da ja nach da guck mal da sind die was wo ja sag ich doch ich kann die Karte lesen aber das sieht verdammt nach Arena aus ich will nicht mach mal erst Pause ja bin ich für fall nicht runter du darfst jetzt nicht runterfallen fall niger Scheiße ein riesiger Roboter oh okay hat sich erledigt mit der Pause okay das ist Arena warte bei eben ich glaube wir sollten beide Dieselkraft ne ähm ich bin schon auf diese Kraft der ist da und glaube ich ja das ist schon geil ich muss meinen Waffen ganz schnell wechseln das ist schon eine Drohne wieder und noch irgendwas ist hier unten ach das sind die Laserdinger da und noch eine Drohne um die Drohne kümmere ich mich um den hast du dich gekümmert sehr gut Waffenmeister erhöht gut wir machen mal ein kleines Boyskin und dann sehen wir uns gleich wieder oh da kommt eine Drohne ich hab gesagt wir haben die abgeschaltet ich glaub ich soll rein oder so ne was vielleicht rein stellen hier 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 rein hier wo bist du denn ich bin wieder drüben ja genau ja dann hast du aber die Drohne wieder an dich so dann komm rüber oder ist die nächste Drohne so dann komm schon rein dann haben wir erstmal hier Ruhe und gehen in die hinterste Ecke oh ja aber vielleicht doch nicht so hier so gut bis gleich so bis gleich ihr Lieben